Jo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallgeist. Heute spielen wir wieder Fallgeist mit der Antonia und wir gehen rein in den Fallgeist. Soloshow, Fallgeist, let's go. Ähm, Fallgeist? Nein, Fallschneiß. Fallgeist finde ich vollscheiß. So, wir sind in der Drecksmap, Antonia hört mich mal wieder nicht, weil sie mich provozieren will. Ja, ist so. Es gibt keinen Grund, dass du mich nicht hörst. So, geh rein da, mach auf die Scheiße. Läuft nicht so gut. Oh, wenn man so gegen den Typen schiebt, damit sie auch geht. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, du bist aber richtig weit vorne, ne? Ja gut, ja. Crazy, das war crazy. Das war richtig schön von mir. Hör auf, den Zack-Sanzen. Was hör ich auf? Den Zack-Zack-Zack? Genau. Saxophon. Als ob du das nicht hörst. Ich mach die ganze Zeit Geräusche. So, wir sind bei den schwindelnden Höhenschwänzen und ich rase hier durch, ähnlich wie ein Raser. Und ich bin mal wieder richtig weit vorne. Das ist mal wieder, also das ist ja mal wieder imposant. Das hat ein Koala auf deinen Fersen. Ja. Wo hast du Sand? Im Ohr. Aber ich hab doch imposant. So. Jo, Leute, herzlich willkommen bei neuen Fersen. Reinhold. Gude. Komm rein da. Oh, der Koala ist mir dicht auf den Augen. Oh, der hat mich festgehalten. Und schon wieder. Ja, der will Beef. Aber jetzt halte ich ihn auch fest. Ah, der ist gut. Der will Rindfleisch. Ah, Koala-Fleisch. Bald ist wieder Flag-Brady. Geh rein, geh rein. Antonia, weißt du, was bald wieder ist? Ehrenrunde. Weißt du, was bald wieder ist? Freitag. Flag-Brady. 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 Brrrrrr. Okay. Ausweichmanöver ist Manöver. Leute, das müsste jetzt die 97. Folge sein. Ihr wisst Bescheid. Bald haben wir die 100 geknackt. Mein erstes Display mit 100 Folgen. Juhu. Juhu. Und es ist kein Ende in SIS. Okay, hier hab ich auch schon so frustrierende Sachen erlebt, ey. Ich war mehrmals der allererste und bin dann gestorben wie ein Hund. Also das war ja so lächerlich. So, wir haben jetzt das Level geschafft. Ich konnte es euch aber nicht zeigen. Aber glaubt es mir einfach. Och, warum denn jetzt schon wieder Nashorn? Ja, super. Ja, super. Wir kommen so weit im Halbfinale und dann so ein Scheiß. Toll. Die Maps waren einfach raus aus der Rotation. Komplett raus. Für immer. Ja. Egal, ich gehe jetzt einfach auf Antonia. Wenn sie nicht wegrennt. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das war's für eine Folge. Mach's gut und ciao. Sag ciao. Tschüss. Wieso sagen wir jetzt, schau, ich spiel doch noch. Ja, aber das wirst du nicht schaffen. Wow. Das kann ein Mensch nicht schaffen. Also jetzt muss ich's schaffen. So viel Schiff fest. Nee. Geht nicht. Wie kommt jetzt der Koala hergeflogen? A TANT! 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 Vielen Dank.